Hallo, mein Name ist Matthias Holzmann. Als Leiter des Kompetenzzenters in wirtschaftlichen und finanziellen Fragen bin ich Ihr erster Ansprechpartner. Mit über 700 Finanzkanzleien in ganz Deutschland sind wir ganz in Ihrer Nähe und meine Aufgabe ist es, Sie dabei zu unterstützen, finanziell frei zu werden, Vermögen aufbauen und um so ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen. Sehen Sie mich und mein Kompetenzzenter wie ein modernes Ärztehaus. Ich bin Ihr erster Ansprechpartner, wie ein Hausarzt. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre finanziellen Ziele und Wünsche und ich vernetze Sie dann mit den Experten. Sie möchten ein Eigenheim kaufen und fragen sich, wie komme ich am schnellsten ins eigene Haus, in die eigene Wohnung und vor allem, wo geht es am kostengünstigsten. Kommen Sie auf mich zu und ich vernetze Sie mit unseren Investmentspezialisten. Sie möchten Vermögen aufbauen, für sich, Ihre Familie, Ihre Kinder. ETF, Krypto, Gold, Fonds, eine Immobilie als Kapitalanlage oder sogar alternative Investments. Sie wollen es so machen, wie die Reichen. Dann kommen Sie auf mich zu. Ich zeige Ihnen, wie man das Geld am besten investiert, wo es die meiste Rendite gibt. Keiner zahlt gerne Versicherungsbeiträge, weder Sie noch der gewerbliche Kunde. Wie wäre es, wenn wir Ihre Versicherungen vergleichen und wir finden bessere Konditionen und können bis zu 30 Prozent Ihrer Beiträge sparen und das nicht nur im privaten und auch im gewerblichen Bereich. Kommen Sie gerne auf mich zu und ich zeige Ihnen, wie das geht. Sie möchten Steuern sparen und staatliche Zulagen bekommen? Kein Problem. Und ganz wichtig, wir betreuen inzwischen über 50.000 Gewerbekunden in ganz Deutschland. Sie benötigen Kapital für Anschaffungen, für Waren, Kontokorrentkredite, Mezzaninkapital, Bauträgerfinanzierungen, einen neuen Fuhrpark. Kommen Sie gerne auf mich zu. Ich vernetze Sie auch dort mit meinen Spezialisten. Suchen Sie Mitarbeiter und möchten diese auch binden. Kommen Sie gerne auf mich zu. Wir haben innovative Mitarbeiter-Bindungstools im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Altersvorsorge. Wir zeigen Ihnen auf, wo es die besten Förderungen gibt. Kommen Sie auf mich zu und ich vernetze Sie. Insgesamt sind es 13 Themenbereiche, in denen Sie von finanziellen Vorteilen profitieren können, um so ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, dann würde ich mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Matthias Holzmann